Moins und erst mal, willkommen zum Soundtrack erst mal. Wir haben hier jetzt gerade etwas am Start, was natürlich auch schon wieder ganz klar. Genius, Hardcore und Hammer sein kann da. Da ich natürlich auch jetzt gerade etwas war, ach ja stimmt ja, einfach nur schon wieder unahnbar und nahbar oder doch nur schon wieder untarnbar, während ich hier jetzt gerade einfach nur im Verfahren war, ist das hier einfach nur mal wieder Genius, Hardcore. Frage mich da mal, wie da sowas hier sonst was so in meinem Freestyle-K.O. geschlagen wurde grad schon, während ich hier einfach nur Achtung für mich selbst provozieren will, denn ich weiß ja, garantiert sind die Ziele hier natürlich auch nicht so real gewesen von den anderen Wesen, während ich schon wieder überlegen da gewesen wäre, dass ich schon wieder jetzt gerade was gewesen sein möge eben. Wahrscheinlich einfach nur jemand, der hier keine Zickpapierbögen bräuche, sondern einfach nur schon wieder seine eigene Seuche. Und während ich euch nicht mal enttäusche, ist das hier jetzt einfach nur mal wieder das, was sich so mir ins Leuchten hieß grad. Freestyle, Soundtracker und natürlich auch hier jetzt gerade ein paar im Backer, während ich letzten Endes klecker. Und natürlich auch schon wieder was jetzt gerade mal mecker drüber, wahrscheinlich einfach nur, dass es war und zwar jetzt schon wieder ein Lieber. Genius, Hardcore, Freestyle beim Soundtrack, was geht denn hier ab? Ja. Ja.